Hallo und herzlich willkommen. Du hast das Community-Treffen in Kassel leider verpasst oder möchtest den Abend nochmal durchleben? Dann bist du hier genau richtig. Begleitet mich also aufs Treffen und macht euch selbst einen Eindruck von der VR-Community. Das komplette Video ist in 360 Grad. Mein Tipp an dieser Stelle, nutz deine VR-Brille. Und nun verlieren wir keine weitere Zeit und starten von unserem Hotel aus Richtung Treffen. Viel Spaß. Musik 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 Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020